so meine freunde wir sind wieder zurück erstmal herzlich willkommen hier wieder bei mir auf dem kanal wir spielen landwirtschafts-sumulater 19 auf den nordfriesischen marsch mit dabei ist der thomas stefan arthur und heppner happy ahoy gute gute letzte folge haben wir hier angefangen gülle zu fahren mit dem schleppschlauch 36 meter doch thomas hat mich versorgt mit der gülle ich habe gefahren und ja wir waren jetzt erst mal ein bisschen weiter auf und ab ich ziehe thomas wird neben mir her ich ziehe mich ab und zu noch mal voll und dann ja wie es brauche halt sagen wir noch zwei bahn jetzt ein bisschen was dann sind wir fertig und dann fangen wir hier auch schon an das quietscher am öl kannst du jetzt liegen ist keins dran ich habe wirklich zeitgeist dran kommen alle sparmaßnahmen war du weiter geradeaus ja ja 17 ich glaube du bist ein bisschen zu weit weg können wir schon mal gleich mal gucken was wir eventuell hier sehen wollen bist du lehr thomas sonst würde ich nicht weg waren okay so will es das gesetz ich habe meistens erst dann weg wenn ich folgen ja wenn ich dann macht der lehr naja ich weiß auch wo du weg fährst wenn du leer hast weil du lobt nie so so sah ich und da voll weg wäre es als falsch gemacht ja hey bitte irgendeiner muss ja für die unterhaltung sorgen ja das stimmt ach ja also die quote um aus 40 prozent habe ich noch muss hat meine größere pumpe hier anschließen dass es schneller füllt ja recht ein bisschen das ist tröpfchen abfüllen jetzt fühle ich mich wie früher am rand der zone 17 16 15 prozent ja ich glaube ich schaff's bis zum ende da muss ja nicht ganz voll sein kommen her ich schaff's nicht mehr 20 30 meter bleiben stehen ich bin schon in top 50 sehe ich gerade hast doch gar nichts gemacht doch ich habe schon meine eigenen waffen mittlerweile das stimmt tatsächlich auch meine freundin hat gestern so geile plätzchen gebackten cookies ey oh die sind richtig geil wir lieben mir auch welche packen ich muss mir noch einen einstand für die arbeit machen mhm ich kann mir auch welche packen aber nur wenn sie herkommen da gibt es aber auch immer wieder so steil vorlagen ist klar herrlich happy fragst du doch mal ich schütze das essen dass andere nicht dick werden jetzt auf die geht er vernichtet alles so wird das nix ja kommen raketenwerfer cross so wird leppenehm wieso wieso bauer und in vom darfst du dürften ist ich bin ja landwirtschaft simulare oder passt doch Endlich, ich hab den Gulag verloren, Gott sei Dank. Ich kann essen. Naja, dann warst du es für mich auch heute mit der Socke. Wieso, wenn du einmal stirbst, ist Feierabend, oder wie? Ach nee, ich bin eigentlich müde, wenn ich allzu lange arbeite. Bin ich eigentlich nur noch müde. Müde, wieso Kleddorf? Ja, das ist schon cool, das ist schon ganz Kleddorf, so müde ist das. Graf gegen Kastbier. Trinkt nur eins, da schläft es besser. Ja. Mach ich mittlerweile jeden Abend. Ja, hier. Drei. Aber irgendwie bleibt das meistens jetzt bei einem. Deswegen hab ich auch gesagt, drei. Seit wann schreibt mal A12 mit Bindestrich, ne? So, ich mach mich fort. Macht's g'nacht. Macht's g'nacht. So, Thomas. Können wir jetzt hier schon wieder säen. Ja, und ich hab' mir die Arbeit gemacht und hab' gegrubbert wie ein Blöder. Ja. Wer KR-Bit hat, der macht sich einige. Liegt besser du wie ich. Ach, das glaub' ich dir. Was machst du mit dem Hänger jetzt? Ich lade jetzt hier das Koi in unser Dings. Dann die Silage in unser Dings. Sagt mir eigentlich der Wecker. 9. 10 Uhr. Hm, der bläst ganz nett durch. Wer bläst durch? Na, der Heutrockner. Hm. Gut so. Wecker. Ja. Das war's. Dann machen wir hier noch ein bisschen was rein und den Rest war mein Stall. Hast du noch 10.000 Mischfutter? Die hätte ich reingeschmissen. Ja, ja, aber Silage will er ja hier auch haben. Da ist ja auch so ein Sternchen dabei. Ich weiß ja nicht, ob das dann mehr gibt. Ich weiß nur noch nicht, wo er es annimmt hier. Hier rein, da vorne. Wenn du hier durchfährst, dann nimmt er das Futter an. Ah. Du musst nur rückwärts hier reinschieben, dann... Ja, ich wusste das ja. Du, ich hab's auch ausprobiert beim Gras. Ich hab's auch ausprobiert beim Gras. So ready, Mann. Sonst müssten wir überall Lust drin haben, hm? Ja. Jetzt hast du auch zwei Sternchen drin. Bei der Rinderzucht mit Milch, Steigerung zwei Sternchen. Okay. Ja, äh... Was produziert die noch als Nebenprodukt? Mist, Gülle, was noch? Milch? Milch und Rinder. Rinder auch? Ja, die kannst du da abholen und dann da auf der anderen Seite wieder abladen. Oder Stahl voll. Ah, okay. Oder verkaufen. Oder verkaufen. Oder zum Metzger bringen und dann daraus Wurst machen. Oder das, ja. Wäre mir natürlich persönlich lieber. So eine ordentliche Rinderroulade. Mhhh. Ja, wenn dann so Rindswurst. Und schön warm gemacht. So. Müssen wir natürlich noch alles füllen hier. Was nennt das immer für Kosten? Für 44 Sonstiges und so weiter. Der Dünger war das jetzt. Okay. Das ist jetzt halt gut. Guck mal, ach so machst du dich auch voll noch, ne? Wollen wir denn zählen? Weizen, Gerste, Hafer, Raps, Sojas, Öl. Hafer. Hafer, ne? Oder Roggen. Fisch. Fisch. Oder Dinkel. Oder Hülse. Oder Mohn. Oder Luzerne. Kritikale. Nee, dann Hafer. Hafer oder Roggen, weil das gibt noch Stroh. Alles andere gibt ja kein Stroh. Dann macht er ja pfff. Wollen wir mal gucken, was Roggen bringt, hä? Roggen. Roggen. Roggen bringt 700. Und Hafer. Hafer. Okay, Hafer. Hafer bringt 1300. Hafer bringt 1300. Text. Säen, 15 Meter, ja. Weil, äh, wir haben ja zwei Sämaschinen. Einzelkorn ist 18. Mhm. Oder soll ich Säen machen und wenn wir Einzelkorn machen, schreibe ich dann Einzelkorn dabei? Du kannst auch Getreide einfach hinschreiben. Obwohl, Einzelkorn ist ja auch, da hast du ja Mais, ist ja auch Getreide. Ja. Und da, Deine. Vielen Dank. Warum macht er hier als mein Mikro leise und das Game? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. So, wir sind fertig für heute. Natürlich, sorry, auch wenn ich jetzt hier als diese Scheiß-Sound-Probleme habe. Ich weiß, ich habe den Fehler noch nicht gefunden, wo dran liegt. Like, Abo, Kommentar, wie immer gern gesehen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Schaltet ein, macht's gut, bis denn dann. Ciao. Ciao. Ciao.